Hi, ich bin der Simon und ich bin die Steffi. Wir sind vom Leila und wir haben euch heute ein paar Gebrauchsgegenstände, die bei uns zu Hause rumkugeln, mitgebracht. Eine Kreissäge, ein Backpacking-Rucksack, eine aufblasbare Matratze, eine Zuckerwattenmaschine, eine Polaroid-Kamera. Das sind alles Sachen, die gebraucht werden, oft, aber bei uns zu Hause rumliegen die meiste Zeit und eben nicht gebraucht werden. Wir wollen gerne uns das Geld sparen, die Sachen zu kaufen und auch die Ressourcen sparen und die Umwelt schonen und dazu haben wir uns was ausgedacht. Und zwar gründen wir einen Leila. Wir sind ein Profitverein Leila und gründen im 16. Bezirk einen Leila. Das ist eine Art Bibliothek für Gegenstände. Das heißt, du bist bei uns Mitglied, zahlst einen kleinen Mitgliedsbeitrag und kannst auf den Leipool zugreifen und dich an Gegenständen bedienen, die du normalerweise nicht zu Hause liegen kannst oder die du dir selber nicht anschaffen würdest. Indem du für uns votest, hilfst du uns, den Leila noch viel geiler zu machen, als er jetzt schon sein wird. Und indem du bei uns mitmachst, hilfst du uns, mehr Leihgegenstände zu haben. Und das wäre super. Komm doch einfach nochmal bei uns vorbei. Wir sind ab Ende Mai im 16. Bezirk zu Hause.